Hallo meine liebe Freunde und Willkommen zu einem neuen Part von Hearthstone. Ja, ich bin gerade wieder so der Heroic-Clown und deswegen habe ich direkt schon so zwei Heroics jetzt geschafft. Also gehen wir auch in den dritten an. Und zwar in den Heroic Valestras. Und zwar soll der mit diesem Druid Deck hoffentlich relativ einfach zu besiegen sein. Mal schauen, wie ich mich so mache. Ich habe mich dann schlecht ausgewählt. Und diesmal nicht Andrew in Ordnung, sondern der Druid. Kommt dran. Malfurion vs. Vailastra! 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 Oh no, Naturalize! Das ist aber ja nicht gut. Vailastra! 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 Hm, hm 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 hm. So, ich spiel mir mal einen Wisp! Ein motherfucking Wisp! Der Dragone Egg und irgendein Dragonhawk Ich ziehe auch direkt was Naturalize auf den Wisps Obwohl der Dragonhawk ganz klar gefährlich ist, aber naja, das wäre egal Der Dragone Egg wird komplett ignoriert, also ich gebe vollen Fick darauf was er macht Dann werde ich ihn gleich bereuen lassen Mit der Fight Maggot Zack, oh, zack, oh, zack So, schon mal ein bisschen Schaden ins Face Game Sehr schön Jetzt merkt er wie gefährlich er ist, jetzt ist er schon zwölf Schaden fressen Durch ihn Ein Naturalize hier Wo er auch ein paar Karten fressen muss So, ein Schaden in die Fresse Du hast irgendwie viele Karten erburt Das ist schon krass. Also sollten wir ihn hoffentlich first try schaffen. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier ist ein Sargent. Wir werden halt weiter ins Face gehen. Wenn man noch mal ganz schön da ist. Da wird mal ein paar Karten bei ihm gebrannt werden. Dann sollten wir das schon schaffen. Ich habe einfach kein großes AOE-Removal. Kann das nicht handeln. Ja, Sargentraw. Hätte ich schon Sargentraw schon früher gezogen, dann wäre es schon früher gewesen. Und ein Giant bringt dir jetzt auch nichts mehr. Das war's. Wie dumm er spielt, man. Und zack. Und zack. Ich ziehe mich easy mit dem Deck. Ich ziehe mich easy mit dem Deck. So. Jetzt gehen wir weiter so schön weiter. Oh. Na egal. Bis dann. Bis zum nächsten Part. Danke schön fürs Zuschauen. Bye-bye.